So. Steig mal auf dein Bike, Likey. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir die Ausfahrt. Likey ist sicher auch... Blinklampen. Auf der Straße. Jetzt sehe ich hier durch die Brille mehr. Jetzt folge ich einfach um die Spuren. Nein, ich will noch nicht zur Ausfahrt. Einfach folgen. Das war jetzt lange die Brunensäure. Die Brunensäure. Ich weiß nicht. Die Brunensäure. Die Brunensäure. Die Flüsäure. Die Brunensäure. Wir sind hier in die Brunensäure. sich an oder feigen im kreis ist er nicht ich fahre jetzt am besten in Nidaaos-Randwald und wo muss es ja sein oh ne, noch ne Oh, no, 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 no. Man, wann bin ich denn da, ey? Hier vielleicht. Nein. Aber weiter. Nein. 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 Kann ich denn schon wieder ausfahren? Das ist eine Höhle, das ist ein Problem. Verarschen, oder was? So, jetzt muss er gleich in die Höhle kommen. Let's go! Oh, war das... Ey, nee. Mal weiter hier. Alter, bleibt der denn mal stehen? Fahr doch rein durch. So, und jetzt wird voll Karacho da, 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 da ruf und dann spiegst du durch. Leck. Da lass ich meinen Mund nicht an. Oh, aber hier. Da lass ich meinen Mund nicht an. Oh, Alter, hier geht es weg, jetzt ist der Mund. Da wird wirklich da reingenommen. Da komm ich wohl nicht rein. Nee. Da komm ich wohl nicht rein. Nee. Kann man hier irgendwie rein? Wie wär's mit, äh, einer Kettensäge? Ich spar den Sprit für die Old Mine Road. Immer noch. Hier setzen die Brille hoch, vielleicht sind sie da und man. Hallo? Hier? Ich denke nicht, dass man diese gebraucht. Oh, das wird wieder antritt. Oh, Mann, ey. Ah, der klingt ja wieder so. Nette Farmen. Natürlich. Äh. Ach so. Nun? Nein. Was? Nein. Hä? Was ist denn mit der Pause? Mit der P... Muss ich jetzt gehen? Oder hier rinspringen? Okay. Komm. DIGITAL Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fahr einfach mal so weit wie es geht. Die stehen ja schon wieder da. Sieh nur wie er läuft. Ich laufe, nee, ich fahre. Müssen die jetzt... Nein, du bleibst mal bitte hier so. Müssen die jetzt über Sprungchance schieben oder was? Damit ich die loswerde. Warum muss das nur so eine lange Strecke sein? Was ist das denn? Was ist die Sprungchance? Was ist das denn? 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 Was ist das denn noch hinter mir her? Ah, kein Fisch. Was ist das denn? 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 So leben die alle noch hier. Ich muss doch jetzt mal was machen hier Ja hier bin ich Aus Mal runter hier von deinem Megabike Ach da sind die Mutterschrauben Tja das waren sie alle Den hält jetzt nicht mehr viel hoch Mal darauf Heißt Heißt wat Oh Dichte Tische voll machen können Hier im Richtanteil Du hattest mir immer gedacht Einmal klicken reicht doch Was für ne Sauerei Ja Nur Anlecken Da lass Ja ist Da lass Da lass Für heute hatte ich genug Gewicht heben Oh Dreht nochmal jeng Geht nochmal auf Wikey likey So Da reminders Ba Du 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 Men Wo ist das Kinds Auto jetzt? Ich verstehe das nicht. Ist der da die Riffbahn, oder? Oder habe ich ihn verloren? Ich verstehe das nicht. Oh, das ist ein Limpierer, das ist ein Limpierer. Da ist es ja wieder. Ich will mit euch spielen. Kommt mit, ich hab was Schönes. Sieh nur, wie er läuft. Der lernt es nicht. Ich hab für euch was Schönes. Italien. Was? Das war Mestors Schuld. Steigt schnell rein. Ich habe einen Plan. Wir werden diese Korle-Göre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boah, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht das zu verstehen. Jetzt beeilt euch.